Musik Mittwoch, der 23. August 2017. Es ist 18.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Miriam Hanger. Wie tippt eigentlich Deutschland? Diese Frage beschäftigt mich aktuell. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lotto am Mittwoch. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist mal wieder Lottotag und sechs Glückszahlen müssen her. Doch welche? Das ist immer die große Frage. Bei uns im Studio sind Kugeln und Ziehungsgeräte ordnungsgemäß. Überprüft wie immer und warten auf Ihren Einsatz. Wir können sofort starten und legen los. Ich drücke die Daumen und wünsche viel Glück. Wie kommen Sie eigentlich an Ihre Glückszahlen? Manche tippen jahrelang absolut die gleichen Zahlen. Andere überlegen sich ständig neue. Und Frauen tippen sowieso ganz anders als die Männer. Unsere erste Zahl heute ist die 28. Frauen tippen am liebsten ganz emotionale und vor allem persönliche Daten, wie der Tag, an dem man zusammenkam, die Hausnummer, Hochzeitstag und so weiter. Also ganz klar romantische Zahlen eben. Unsere zweite Zahl für heute ist die 16. Männer tippen nach einem ganz anderen Schema und bevorzugen eher Geburtstage und Zahlen von Autokennzeichnen und so. Und für die Männer sind das wahrscheinlich auch ganz emotionale Sachen, vermute ich. Die dritte Zahl für heute wird die 32. Andere tippen, was schön aussieht. Also schöne Muster zum Beispiel. Allerdings machen das sehr viele. Und wenn man dann gewinnt, muss man den Gewinn entsprechend auch mit vielen teilen. Und hier ist unsere vierte Zahl. Es ist die 49. Ich persönlich tippe aus dem Bauch heraus. Oder, was ich auch sehr gerne mache, ich frage Freunde nach deren Lieblingszahlen und die tippe ich dann auf. Unsere vorletzte Zahl für heute wird die 23. Der Jackpot am Samstag wurde ja nicht geknackt. Die Gewinnklasse 1 blieb somit unbesetzt. Trotzdem haben es vier Tipper mit ihren sechs richtigen geschafft, je 420.000 Euro zu ergattern. Unsere sechste Glückszahl für heute ist die 25. Und hier sind die sechs Zahlen von heute nochmal auf einen Blick. Wir machen jetzt aber sofort weiter mit der Ziehung der Superzahl, die sie heute um 5 Millionen Euro reicher machen kann. Ist ein ordentliches Sümmchen. Ich drücke die Daumen und los geht's. Ich tippe ja immer. Zwei Häuschen mit Superzahl. Wenn ich mir aber den einen Spiel-77-Gewinner von Samstag so ansehe, überlege ich mir das nochmal. 3,3 Millionen Euro gehen da nach Bayern. Unsere Superzahl heute wird die 6. Dann schauen wir uns die Gewinnzahlen vom Mittwochs-Lotto nochmal in der Übersicht an. Bei Lotto 6 aus 49 gewinnen Sie, wenn Sie folgende Glückszahlen getippt haben. 16, 23, 25, 28, 32, 49 und die Superzahl 6. Auch die Gewinnzahlen von Spiel 77 und Super 6 haben wir Ihnen als Grafik vorbereitet. Diese werden ja bereits immer im Vorfeld ermittelt. Spiel 77, die Zahlen, die 2, 8, 6, 0, 0, 9, 5. Hier noch die Zahlen aus Super 6, die 3, die 8, die 4, die 8, die 8 und die 5. Liebe Zuschauer, die aktuellen Quoten gibt es ab morgen früh auf lotto.de. Schreiben Sie mir doch mal, was Sie zu Ihren Glückszahlen inspiriert hat. Die besten Geschichten unserer Tipper stelle ich Ihnen dann in den nächsten Sendungen vor. Das war's für heute. Die Lichter hier im Lotto-Studio gehen am Samstag wieder an. Dann sehen wir uns wieder zur nächsten Live-Ziehung pünktlich um 19.25 Uhr geht's los. Bis dahin Ihnen noch eine schöne Restwoche. Machen Sie's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original.